Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon Schwert und Schild Video und Achtung, auch das ist wieder kein offizielles Statement oder eine offizielle Veröffentlichung von Nintendo oder Game Freak, deswegen, falls ihr nicht gespoilert werden wollt und falls ihr euch nicht für Leaks interessiert, egal wie wahrscheinlich sie sind, dann schaltet bitte jetzt ab. Für alle anderen geht's gleich weiter mit den Informationen. So, ihr wissbegierigen Schlawiner, du willst also wissen, was es Neues gibt? Tja, ich auch und ich bin gestern bzw. heute wiedergekommen, denn ich habe eineinhalb Wochen kein Internet gehabt, jetzt bin ich wieder da mit einer stabilen, richtig nicen Internetleitung und neuer Qualität auf dem Kanal. Ihr seht's bereits und ähm, ja, heute besprechen wir also Leaks, die von derselben Quelle stammen, meines Wissens nach zumindest, wie die Leaks, die wir davor besprochen haben, sind also relativ vertrauenswürdig und sehr, sehr wahrscheinlich, meiner Meinung nach zumindest nur und deswegen behandeln wir sie auch, denn sonst würde ich sie einfach ignorieren. So, aber jetzt lasst uns mal uns das Ganze ansehen. Äh, was haben wir denn hier? Hello, I am back. I have decided to post a part two today because there is no point in waiting to post it. I also contained my, äh, contacted my service again and they did clear some stuff up. So, also, ähm, er wird sich jetzt mit einem zweiten Post bei uns melden. Starter, Final Evolutions follow the types of Entertainment, Sports, Music and Theater. Okay, also, wir haben, ähm, die letzten Entwicklungsstufen der Starter-Pokémon, die also die Themen Sport, Musik und Theater haben werden. So, also, wir haben, äh, Chimpep, wir haben Hopplo und wir haben Memeon. Ähm, und scheinbar soll eins davon ein Sportler sein, der andere ein Musiker und der andere ein Schauspieler oder, ja, einer, der halt im Theater spielt. Ich hatte jetzt keine wirklich logische Erklärung, wie ich das, ähm, irgendwie koordinieren soll. Weil ich meine, ja, okay, Hopplo hat so ein Pflaster auf der Nase und rennt herum. Das deutet darauf hin, ne, er heißt Scorbunny. Das deutet schon sehr auf Sport hin. Allerdings, die anderen beiden, I don't know, ich meine, wer soll Musik, Thema Musik sein? Ist es Memeon oder vielleicht doch Chimpep? Und wer soll, ähm, das Theater hier, ne, wer soll das Theater repräsentieren oder symbolisieren? Ich würde ja sagen, ich kann mir beides vorstellen. Chimpep ist ein Affe. Es gibt viele Affen, die sich mit Lauten verständigen und die singen, obwohl der Junge mir, oh, wobei, wobei, Chimpep hat mit einem Stecken auf einen Stein geklopft. Und das deutet so ein wenig auf, äh, Drums hin. Also auf, ne, Bassdrum oder hier Schlagzeug oder was auch immer. Ja. Könnte also in der Theorie ein Schlagzeugaffe sein? Und Memeon wäre dann wahrscheinlich so, äh, das Theater-Pokémon, obwohl das Ding ja scheu sein soll. Irgendwie ist ein scheues Pokémon nicht gerade das, was man sich auf einer Bühne, auf einer Theaterbühne jetzt vorstellt. Wenn das wirklich wahr sein soll, ne, Sport, Musik und Theater. Welches dieser drei Pokémon ist dann Sport, welches Musik und welches Theater? So, der zweite Punkt. Alter, wir haben echt viele Punkte heute, ne? Ferrelith ist Skorbunny's Final Evolution. Also heißes Ding, Ferrelith. He's a Football-slash-Soccer-Player and will be Fire-Electric. Okay, also das war ja so eine Sache, die wir ja schon länger prediktet haben, ne, dass es Teil Feuer-Elektro sein soll. Ähm, äh, 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 meine Dingens mit dem Powerpuff Girls, mein, mein Gegenvorschlag wäre noch gewesen Feuer-Eis, wobei das schon sehr abwegig wäre. Feuer-Elektro ist das, was die meisten, äh, gedacht haben, auch meine erste Intuition, was ich gedacht habe, als ich den Trailer gesehen habe und als ich mir das Artwork angesehen habe. Auf jeden Fall, Ferrelith ist der Name des letzten, der letzten Entwicklung von Skorbunny, also von Hopplo und soll der Fußballspieler sein. Dann hätten wir ja schon mal geklärt, wer was ist. Punk-Ape is the evolution of Grookey is a punk-inspired drummer with the typing of grass, äh, poison. Yo, Pflanze-Gift, das wäre schon sick, oder? Haben wir ein Pflanze-Gift-Pokémon? Warte mal, warte mal, warte mal. Natürlich, äh, Bisa-Flor, Utsasa, einen weiteren Pflanze-Gift-Starter, interessant. Ein Punk-Affe, der, ne, hier Schlagzeug spielt, das ist ja mal interessant. Und warum Gift? Warum der Gift-Typ? Warum dann nicht der Stein-Typ? Oder irgendwie, das ist ja mal echt, äh, crazy. Weil mit dem Stein-Typen hätte es keine Feuerschwäche. Äh, Stein-Pflanze wäre eigentlich ein ganz guter Typ, ne? Muss man einfach mal so sagen. Keine Bodenschwäche, keine Steinschwäche, äh, keine, keine Feuerschwäche, keine Pflanzenschwäche. Alter, das ist ein echt guter Typ. Das ist ein echt crazy Typ. Und wenn das Ding schnell ist, countert es sogar Eis-Pokémon, die sehr effektiv treffen. Also, das wäre echt ein cooler Typ, würde ich mir wünschen. Aber, scheinbar ist es, ähm, Pflanze-Poison. Oder Pflanze-Gift. Und, äh, und somit liegen wir auch beim zweiten, oder liege ich auch beim zweiten Dingens richtig, wenn ich sage, joa, das Teil müsste dann ein Musiker sein. Thesphibian is the evolution of Subble and is a water-ghost-type. Okay, Wassergeist haben ebenfalls sehr, sehr viele predicted. Also, Feuer, Elektro haben viele predicted. Und Wassergeist haben viele predicted. Was meiner Meinung niemand prediktet, oder meines Wissens niemand prediktet hat, ist Pflanze, äh, äh, hier, Poison. Aber in Ordnung, ähm, ja, der Ghost-Hype, zusammen mit Wasser, haben wir doch nicht, ne? Wir haben Frostless, was, ähm, Eisgeist ist, aber wir haben keinen Wassergeist. Finde ich aber mega cool. Finde ich eine mega coole Kombi. Hat trotzdem sehr viele Schwächen, ne? Hat sehr viele Schwächen, cancelt keine, also, äh, Pflanze-Stein, cancelt gegenseitig seine Schwächen, ne? Das Ding überhaupt nicht. Das hat keine gemeinsamen, das hat, äh, super viele Schwächen, die, ne? So, dann hättest du eine Unlichtschwäche, du hättest eine Elektroschwäche, du hättest eine Pflanzenschwäche, du hättest eine Geistschwäche. Wird also relativ schwierig werden. Du hättest eine Pflanzenschwäche. Alright, dann hätten wir. There is a new, new form of competing where it's like soccer but not. This will be like the big gimmick, innovation. Ah, okay, also es geht um Fußball, aber dann, es ist wie Fußball, aber nicht wie Fußball. Das ist das neueste Gimmick. Wir wissen ja, es gab ja auch in den vorherigen Spielen immer mal wieder so ein, eine Arena. Ich sag jetzt mal, glaube ich, ich glaube die fünfte Gen war so, da gab's den Pokéathlon. Da war's ja ähnlich, da konnte man auch schon Fußball spielen und Hürden rennen und so ein Kram. Ne, es gibt ja in jeder Gen irgendwie so ein kleines Feature. Und scheinbar ist das das neue Ding. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hört sich einigermaßen plausibel an, weil der Starter ist ein Fußballspieler. Und die Arenen sehen für mich aus wie Fußballstadien. Die Arenen in dieser Gen sehen für mich nicht aus wie Arenen, wie sonst aussehen wie Arenen in Pokémon, sondern sie sehen aus wie Fußballstadien. Äh, man sieht ja sogar im Trailer, ähm, dass man, ich würde mal sagen, in einem Stadion steht und man hat ja ein Trikot an. Äh, ich werde euch ganz kurz mal den Trailer zeigen, beziehungsweise die Stelle des Trailers. Hier haben wir den Trailer. So, und jetzt gehen wir einfach mal zu der Stelle, die ich meine. So, hier haben wir nochmal die Starter. Äh, Moment, das war, glaube ich, vorher, oder? War das vorher? Ja, so, hier sieht man schon mal die Arena von draußen. Also, das sieht für mich wie ein WM, WM oder EM Stadion aus, ne? Was um die EM oder WM, WM Zeit, ähm, aufgebaut wird, um, um diese Turniere abzuhalten. Äh, Moment, hier, ne? Wir sehen auch hier, wenn wir drin sind, wir sehen einen grünen Rasen. Also, das spricht schon mal dafür, obwohl wir quasi in einer Arena kämpfen. Und es sieht halt auch aus wie ein Stadion, ne? Ist halt, ist halt relativ obvious. Und das hier, das ist die Szene, die ich meine. Hier läuft der Junge mit einem Trikot, also nicht, nicht die eigene Kleidung, sondern ein Trikot mit der Nummer 227, läuft er ins Stadion rein. Na, wir sehen jetzt nicht, hat er Handschuhe? Er hat einen Handschuh, den normalen Pokémon-Handschuh oder Pokéball-Handschuh, wie auch immer. Auf jeden Fall, das erinnert schon sehr, sehr krass an einem Fußballstadion. Und deswegen auch hier wieder. Es ist mega, 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 mega wahrscheinlich. Ne? Also, crazy. Okay, dann haben wir, äh, blablabla. Professor Ivy ist the same one from the Orange Islands. She moved here to broaden her studies. Okay, also, Professor Ivy ist von den Orange Islands hier. Ich glaub, da gab's diese, ist das die gleiche aus den Orange, also, die Orange-Inseln, ne? Das war ja so die beliebteste Pokémon-Anime-Staffel, so wie ich's mitbekommen habe. Die scheint der neue, ähm, hier, Professor zu sein. Also, es ist ein weiblicher Professor. So, und sie ist hier, um ihre, äh, Studien zu vertiefen in dieser Region und so weiter. Was relativ interessant wäre, ne? Professor Ivy, Ivy, ist Ivy eine Eiche? Warte mal, Ivy, ne, Poison Ivy war, Poison Ivy war, Poison Ivy war was anderes, oder? Kann das sein? Warte mal, ich google mal nach Ivy, um zu gucken, was das für ein Baum wäre. Efeu, okay. Okay, ja, Poison Ivy ist Efeu, aber ich dachte, vielleicht gibt's noch einen Baum, der irgendwie so heißt, aber scheinbar nicht. Dann bleibt es einfach bei, bei Efeu, Professor Efeu. Okay, interessant. Dann haben wir Zerphidia, ist a Steel Dragon-Type Serpent that is the legendary of Pokémon Shield. Okay, also Zerphidia ist Stahldrache, ähm, das legendäre Pokémon von der Edition Shield. Okay, wir haben ja schon, ähm, angekündigt bekommen, die legendären Pokémon werden eine Stahlschlange sein und ein Holzpferd. Und hier haben wir quasi ein Leak, der auf dem vorherigen Leak aufbaut. Dann haben wir Lumbersteed is a Grass Fairy Unicorn Pokémon with, äh, and a legendary Pokémon of Pokémon Sword. Okay, das ist interessant. Wir haben Stahldrache, wir haben Gras, also Pflanze, Fee. Ähm, das ist sehr interessant. Das ist echt interessant. Eine interessante, eine interessante Kombination, weil Fee killt Drache, aber Stahl resistiert Fee. Stahl killt Fee, aber Drache wird immunisiert von Fee. Grass wird von Stahl und Fee, ne, Grass wird von, von Drache resistiert. Und auch von Stahl. Stahl resistiert auch Gras oder Pflanze. Krass, wird vierfach resistiert. Ha, interessant, ja. Die Sache ist ja die, äh, bei Lunala und, äh, hier, Dingens, hat's ja auch nicht so viel. Was, was war das? Stahl Psycho und das andere war Geist Unlicht. Boah, Digga, I don't know, I don't know, was ich davon halten soll. Aber in Ordnung, es hört sich plausibel an. Ich mein, ein Pferd aus Holz ist normalerweise den Naturtypen Pflanze, ne, überlassen. Dann haben wir noch ein Fee. Fee. Okay, es ist ein Unicorn. Es ist ein, es ist ein Einhorn. Es ist nicht nur ein Pferd, es ist ein Einhorn. Und da macht das, da macht das, äh, Feen-Ding wieder Sinn. Finde ich interessant. Ich spiele nämlich gerade bei Yu-Gi-Oh! so ein Pegasus-Deck. Und das hat, äh, das ist auch vom Typ Fee, wenn ich mich richtig entsinne. I don't know, also sehr interessante Typenkombinationen. Zerphiria und Lumbersteed heißen die Dinger auf Englisch. Cerberon. Cerberon, the Fire Dark Type, okay, Cerberus. And the third legendary of both Pokémon, Sword and Shield. It's a three-headed dog. Yo! Das dritte legendäre Pokémon, also quasi ein Raikwasa, ist also Cerberon mit Feuer- und Lichttypen. Und es ist ein Cerberus mit drei Köpfen. Also ein Hund mit drei Köpfen. Ja, schwierig. Ich meine, wir haben Hundemon, was genau den selben Typen hat. Und auch der Höllenhund sein soll. Jetzt haben wir noch einen, der legendär sein soll. Ha, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Denkt ihr, das ist legit? Oder denkt ihr, nee, das ist doch Quatsch? Das ist mit, das ist bisher der League, bei dem ich, äh, am wenigsten Vertrauen drin hab. Also, beziehungsweise Cerberon. Ich kann mir das Pokémon irgendwie nicht vorstellen. Also, ich kann es mir, natürlich kann ich es mir vorstellen, aber ich glaube nicht wirklich dran. I don't know. Wird es einen Cerberus geben, der Cerberon heißt? Das ist, äh, fast so unkreativ wie jemand, der sich Sephiron nennt. Ah, I don't know. The city shown at the top of the map is... Kindalia. It is the biggest city in the Pokémon history. Okay, wir gehen wieder zum Trailer. Und gucken wir uns mal kurz die Stadt an. Also, die Stadt ganz oben auf der Map, die wir hier irgendwo sehen können, genau, ist Syndalia. Die nennt sich also Syndalia und das ist quasi London, ne? Weil wir haben den Big Ben und viele weitere Merkmale, das Riesenrad und so. Das ist also Syndalia City und ist bis dato die größte Stadt in Pokémon. Das bedeutet aber, dass sie begehbar sein muss. Denn Stratos City zum Beispiel war auch begehbar und viele weitere Städte, die ein bisschen größer waren, ne? Illumina City war begehbar und die waren schon relativ groß. Das heißt, die müsste größer sein als beide. Und, ähm, ja, ich meine, man sieht davor so einen Platz, ne? Wenn man hier mal kurz stoppt. Ich weiß nicht. Also, ich meine, man müsste eigentlich die... Wir haben ja, wir haben uns ja gefragt, ob dieses, ob die Hochhäuser irgendeinen Sinn machen. Ich meine, auf diesem Platz ist man einmal, dann geht man hier rein und dann haben wir uns quasi gesehen hier, das kann also nicht das sein, was so groß ist an der Stadt. Das heißt, es muss eigentlich... Es müssen eigentlich die Hochhäuser sein, die begehbar sein. Weil, der Big Ben, okay, ne? Man läuft von hier bis dahin und von hier bis dahin. Das ist definitiv nicht größer als die ganzen Städte davor. Äh, alleine Stratos City war ja größer und Illumina ist ja noch eine Schippe größer. Vor allem, ja, das heißt für mich, also die Hochhäuser müssen begehbar sein. Beziehungsweise die Stadt dahinter müsste dann laut dieser Theorie begehbar sein. Was mega groß wäre. Also, holy shit. Ja, krass. Okay, und die heißt Kendalia City. Interesting. As I said before, a few characters will be returning and now I will say one of them. Is... One of them is from the Unova Region. Okay. Aha. Interessant. Also ein Charakter aus der Unova Region wird zurückkehren. Ob das jetzt ein Bösewicht ist. Man hat zum Beispiel... Boah, wie hieß der Junge mit Klick die Klack? Der Professor da, der krasse. Den haben wir ja bei Ultrasonne, Ultramond nochmal gesehen. Also es kann halt alles sein. Es könnten Bösewichte sein. Es könnten Champs sein. Es könnten aber auch vielleicht Rivalen oder der Hauptcharakter sein. Wie zum Beispiel Rot im Silberberg. I don't know. Something similar to the Battletree has been introduced. Okay. Also wir haben etwas, was ähnlich ist wie der Kampfbaum scheinbar, wo wir uns battlen können und vielleicht sogar mit anderen wieder zusammenschließen oder whatever, wo wir dann wieder richtig schön kämpfen können. Ich bin gespannt, wo und wie. Diese Arenen sind es ja scheinbar nicht, denn die haben entweder was mit Arenen zu tun, wie in Pokémon oder halt mit Fußball, dass man alle drei Sachen da reinballert. Ich glaube nicht daran. Wo könnte das sein? Oh, Moment. Wenn wir nochmal auf die Map gehen. Wir haben ja diesen Turm auf der großen Stadt. Vielleicht in diesem Gebäude mit dem Turm? Hier in Kandalia? Kandalia? I don't know. Auf jeden Fall, das sind soweit die Leaks für heute. Ja, ich glaube wir machen tatsächlich ein paar zwei. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange an diesem einen Video hier dran hängen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Was haltet ihr von diesen Leaks, Freunde? Denkt ihr, die sind legit? Ich meine, sie sind von derselben Source. Sie sind einigermaßen begründet und ich finde, sie sind gar nicht mal so abwegig. Ich finde gerade die Sachen mit den Startern machen Sinn und das mit dem Fußball ebenfalls. Wobei das einfach aus dem jetzigen Trailer gesogen werden konnte. Man hat das Fußballstadion quasi das vermeintliche gesehen und konnte dann natürlich sich quasi die Geschichten weiterhin aufbauen oder zusammenreimen. Wir könnten also alle hart verarscht werden. Aber es ist immerhin der Typ, der eine Woche vor Release wusste, dass die Spiele Sword und Shield heißen. Und vieles weiteres noch. Okay, Freunde, ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich sehe, dass... Ich denke zu 70 Prozent, dass die Leaks wahr sind. Oder die Theorien, die dieser Herr hier spinnt. Ich kann es auf jeden Fall sehen. Ich kann es auf jeden Fall sehen, weil sonst hätte ich es euch, wie gesagt, nicht vorgetragen. Aber ja, was findet ihr? Denkt ihr? Ne, voll abwegig. Vor allem gerade bei Cerberon. Äh, nee, hört sich für mich nach Müll an oder nach Bullshit. Ja, I don't know. Freunde, wir sehen uns in einem weiteren Video wieder. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und folgt auf Instagram, damit wir die 10.000 Follower knacken. Damit ich diese Videos auch per Instagram direkt verlinken kann. Damit ich euch nicht immer sagen muss, ey, ich habe ein neues Video. Sondern da könnt ihr einfach draufklicken und dann seid ihr da. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.